es geht los wir machen mal sag mal was ja ich sage was das ist wir machen mal nicht zu laut nicht dass ich also nicht nachgefragt bekommen sagt noch mal was ja nein sie jetzt haben wir die einstellungen erreicht es kälte hotel horror can you escape the hotel fragezeiten hier kann man sogar schneller laufen auch das ist schön ich kenne auch direkt ein kopf können sein eins sieben what is going on here da scheint jetzt schon mal drin es gibt keine sieben auch hier das ist zu her war können was müssen wir machen die frage ist hier ist nur eins die einige auch nicht auf die kurze dann gehen wir mal wieder raus das muss doch hier irgend erst macht doch keinen sinn das ist wahrscheinlich ein das kann ich sagen ich kann nicht sagen das ist das für ein level 1 schon scheitern ja ich mach mal ne map ja die nicht lösbar ist aber ich habe eine idee immer zu sieben auf drei drücken wie viel 1 1 2 3 oder drücken wir die ganze zeit vier jahre ist offen siehst du was ich kann jetzt sind du hey glaubst du sieben drücken kann es dann drücken wir mal die sieben ja die sieben ist es aha ja wir haben da vorne auch schon die sieben gedrückt AHHHHH 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 MEIN GANT HAHAHAHA HURER so Nummer 2 Level 2 mein egal das fängt da schon mal die Tür ist offen ja ich weiß ich hab sie gerade aufgemacht das fängt da schon mal richtig gut an AH ja da war er schon wieder 3 du musst äh äh such ah ja haben wir gefunden mein gott das geht viel zu schnell jetzt noch mal auf einmal hallo 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 muss wieder an irgendeiner Couch ah ja ein schalter sein ja komm das sind die ganzen zettel oder was wollen wir nicht verarschen ist das die webstunde oder was das ist einfach so eine welt mit bisschen horror da es ist viel zu einfach ach so das kommt dann gleich auch wieder was pass auf ja doch nicht wow er kann man nicht ah habs quoten komm hier hallo ha dran so was hier hinten wie viel zu einfach viel zu einfach das piraten kommt so ein clown hier rein so ne safe nein nichts nichts das ist sehr enttäuschend das ist richtig enttäuschend ganz schlechte treffung adri ganz schlechte treffung adri ganz schlechte treffung wir fallen in die hausen gekackt gerade eben aus dem nix kommt musik ah hier mein gott das ist viel zu langweilig einfach mein gott was passiert denn hier adrian die tüe war auf an einem sofa an dem sofa wir schreiben mal an dem sofa ein bisschen genau weil hier ist nichts an dem sofa an der rede was ist denn das hier was ist das für ein komisches hotel hallo willst du jetzt irgendwas schlimmer oder wird es nicht mehr schlimmer ich hoffe doch nicht ah ok was ist das für eine horro map das ist so eine suche escape room map oder so keine ahnung ja ist es nicht hast du hast auch gesagt dass du eine horro escape room map hast komm mal hierher und schau mal da durch siehst du da was bewegt siehst du sie wie sich da was bewegt nein ich sehe da map ja genau und du siehst du siehst doch da ist quasi so ein weg nach hinten ja wie geht es hier weiter ich glaube ich war ah kam mir nicht von da von da kam ich glaube ich weiß wo ja nee doch nicht da waren wir doch gerade schon ich weiß wo da oben der hinten da oben hi ah über die hallo andersrum ja ich bin doch schon dabei nein was was die kanzlerin gehört da ist der ne guck mal her da ist der typ der da läuft guck mal ah ich sehe es ja er kommt irgendwie nicht raus im Soundteam nicht hat Angst wer von mir ich bin michael meyer er hat Angst dass ich ihn umbringen da da schalter schlüssel fehlt zwar einfach nicht abgestanden mein gott sucht was besser was aus da so wir hatten gibt es hier so ein herbe 1000 prozent wobei die tür da gibt es noch nicht groß sogar hab ich mein gott diese maps äh diese maps ist echt einfach too easy die ist auch nicht gruselig ja viel die taschenlampen taschenlampen ist wahrscheinlich noch gruseliger was ist das denn äh ein komisches und ich glaube ich hab's schon gefunden in er war auch wow er hat da diese 12 das geht ab hallo das kann aber das haben wir nur ab und zu mal ein Clown durch die Gegend rennt das genau wir müssen teils habe ich was ist das 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 es war ja nicht gruselig das was kommt zu erwarten eigentlich geht da oben das sehe ich auf den ersten blick das ist die map ist zu hell das ist kacke also die vorn war zu dunkel jetzt und grüne ich fand die vorn richtig geil also die geht die letzte map die fand ich richtig cool ja ja hat's gefunden nein wo war das ein generator ah ey ist doch viel zu einfach ach junge warum geht immer die scheiß Tür zu generator wieder in der generator das kannst du jetzt muss ich bei allen waren da geht es hier richtig mein gott da hat sich einer richtig überhaupt keine mühe gegeben 17 17 ja das kann man nicht machen hier hinterm schrank natürlich hinterm schrank ist ja klar wo sonst ist das ist sie überhaupt also das ist sie überhaupt also das haue immer zu bestimmten ist irgendwie schon das macht schon fast gar nicht macht schon fast gar keinen spaß das war einmal der schrank hat das war ganz am anfang auch nur wegen dem lauten ton ja das war das war hat's gefunden im schrank also ich war rüber gehen aber ich habe es gefunden auch wow wow ohne witz wir sind schon wieder mit 20 ey jetzt sind wir doch mal vorbei oh da kommt gleich wieder einer hallo es ist nur laut es ist nur ich das tut eigentlich eher in den Ohren weh dass das so laut ist wow ah wow was bin ich aber auch für sterben davon wenn wir das berühren wow da kommt auch gleich wieder was oh wow oh wow oh wow michael war das oh scheiße war das schlecht wir haben jetzt für diese meth elf minuten gebraut fünf minuten gebraut elf elf minuten